Ja, hier unser Stier! Ja, 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 ja. Ja, hallo Youtube Freunde. Der Bauhaus ist am Streuen und da hat sich schon ein Kuh hingelegt. Bevor ich fertig gestreut habe. Ja, und da vorne unser Stier, der George. Der hat auch schon zum Rechten gesehen beim Stroh. Mittwoch, der 8. Dezember. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ja gestern Reklame gemacht für unseren Fleischverkauf. Und habe jetzt da nachgeschaut. Ich habe einen kurzen Youtube Video gemacht. Mit einer Länge von, ich weiss ich mal, ich sage mal 50 Sekunden. Den gestern hochgeladen. Der Youtube Video wurde 2155 Mal angeschaut. Und dann habe ich auf Facebook diesen Film auch aufgeladen. Wir haben auf Facebook eine Seite, die heisst Kellerbar. Wurde 73 Mal angeschaut. Dann habe ich eine Seite unter Bauer Hause. Die wurde 275 Mal angeschaut. Dann haben wir eine Seite Blumenfeld an der Landstrasse. Die dritte. Wurde 35 Mal angeschaut. Und dann zum Schluss noch Brachers Galloway Herde. 14 Mal angeschaut. Das heisst also auf Facebook hatte ich 397 Klicks. Und wie gesagt auf YouTube 2100. Gibt also Totalklicks. 2550 Klicks. Und das Resultat davon ist ernüchternd. Das Problem ist ja, meine, ihr Zuschauer ist ziemlich weit verstreut. Viele weit in Europa rum. Auf Facebook ist vielleicht ein bisschen anders. Mir wurde geschrieben. Ja, wäre interessiert, aber zu weit weg. Ja, trotz dass meine Werbung da nichts gebracht hat, konnten wir das gesamte Fleisch verkaufen. Die konnten wir es am Donnerstagabend abholen. Schon gut wie sie da liegen, meine Galloway. ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich tschüss zusammen, ciao, ciao nicht vergessen, abonnieren liken, kommentieren, ciao, ciao